Willkommen zurück, in diesem Video kümmern wir uns darum, dass wir hier mit der HTC Vive Objekte in der virtuellen Szene greifen und diese dann direkt auch werfen können. Das Greifen funktioniert ja bereits, denn darum haben wir uns in der letzten Folge gekümmert. Das heißt also, in dieser Folge geht es rein um diese Wurfbewegung und dass wir letztendlich das GameObject hier durch die Gegend feuern. Also, los geht's! So, hier befinden wir uns wieder in unserer Szene. Das Greifen und Loslassen funktioniert bereits, aber die Objekte reagieren noch nicht darauf. Und deshalb werden wir jetzt einmal Folgendes tun. Zuerst begeben wir uns in unser Script hier und da findest du ja beim Loslassen hier Objekt Loslassen. Das ist der normale Code zum Loslassen eines Objekts und den Code erweiterst du jetzt. Ganz wichtig hier, wir werden den Rigidbody mehrmals verwenden müssen, denn wir werden einige Werte verändern, beispielsweise auch den Velocity-Wert. Das heißt, es ist jetzt sinnvoll, direkt eine Variable anzulegen. Also beispielsweise hier, Rigidbody, myRB oder so, ist gleich und dann den Code von hier unten, also other.getComponentRigidbody. Jetzt kannst du nämlich hier direkt schreiben, myRB ist kinematic gleich false. Jetzt benötigen wir aber noch zusätzliche Befehle. Und zwar möchten wir auf Basis der Bewegung das Objekt letztendlich auch werfen. Werfen auf Basis der Controller-Bewegung. Und dazu ist es natürlich für uns wichtig, dass wir wissen, in welche Richtung sich dieser Controller hier bewegt hat. Und das finden wir über device.velocity heraus. Also es gibt hier diesen Wert device, das ist meine Variable, die ja hier auf den Controller letztendlich zeigt. Und wenn du da velocity verwendest, dann siehst du hier, du kannst auf diesen Velocity-Wert, auf die Geschwindigkeit des Controllers hier, wie er letztendlich durch die virtuelle Welt bewegt wird, zugreifen. Und auf Basis dieser Velocity veränderst du auch den Velocity, den Geschwindigkeitswert des GameObjects, das hier aufgehoben wurde. Also bei diesem other können wir ja, oder über das other können wir letztendlich ja auf den Collider zugreifen. Das heißt, wenn es sich jetzt hier um Cube handelt oder um Cube 1, nehmen wir Cube 1 einmal als Beispiel, wenn es sich um Cube 1 handelt, dann wird nach dem Loslassen, wird diese Geschwindigkeit an den Cube übergeben. Und das funktioniert über den Rigid Body wieder. Das ist ja der Rigid Body des Cubes in unserem Fall. myRB.velocity, das ist die Geschwindigkeit, ist gleich und hier holst du dir die Velocity deines Controllers. Device.Velocity. Es kann jetzt hier hilfreich sein, dass du noch eine zusätzliche Variable verwendest, zum Beispiel so etwas wie die Wurfkraft. Würde also bedeuten, du schreibst hier oder multiplizierst das Ganze mal die Wurfkraft. Ich nenne das Ganze ThrowForce. Die Variable müssen wir uns noch erstellen. Es wird eine Float-Variable, das heißt hier oben Public Float ThrowForce. Diesen Wert kannst du dann im Inspektor festlegen, also im Unity Inspektor kannst du jetzt festlegen, ob das mal 1 gerechnet werden soll oder mal 100 beispielsweise und dann in Abhängigkeit zu deinem Spiel-Setting hier festlegen. Okay, dieses Device.Velocity ist ja ein Vektor 3, also XYZ-Wert. Das heißt, wenn wir den Cube hier nach vorne werfen, dann bewegt sich der letztendlich auch in diese Richtung. Okay, bevor wir das testen, machen wir jetzt einmal zwei Sachen. Zum einen lösche ich alle Cubes außer einen, so, diesen hier, damit sich diese Cubes nicht gegenseitig beeinflussen, also blocken. Und ganz wichtig, dass du beinahe deinen Controllern, also Controller Left oder Controller Right oder vielleicht auch beide, hier diese Wurfkraft festlegst, denn sonst wird das Ganze mal 0 multipliziert und der Cube bewegt sich kein Stück. Ich nehme jetzt hier als Wert einmal 100 und dann schauen wir einmal, ob sich hier was bewegt. So, hier haben wir den Controller und jetzt nehme ich das Objekt hier. Direkt einmal auf die Szene achten. Ich lasse los und wie du siehst, das Objekt wird hier komplett nach vorne gefeuert. Der Wert 100 war vielleicht ein bisschen zu hoch. Testen wir einmal einen Wert von 1. Hier das Objekt. Ich feuere das nach vorne. Und jetzt fliegt dieses Objekt hier direkt nach vorne. Okay, das Objekt an sich hat jetzt keine Gravity, also keine Erdanziehung. Das könntest du hinzufügen. Wichtig dabei ist aber, dass du dir vorher hier bei 3D Object eine Plane anlegst, denn dann hast du auch so einen Untergrund, also diese Plane hier dementsprechend positionieren. Dann hast du einen Untergrund und auf diesem Untergrund kann letztendlich dann auch dein Würfel landen. Das heißt also, wenn du jetzt den Cube selektierst und hier bei Use Gravity die Checkbox setzt, also das aktivierst, dann fällt dieser Cube jetzt gleich hier auch nach unten, wenn ich auf Play klicke. So, wie du siehst, Cube fällt nach unten. Jetzt müssen wir einmal schauen, ob dieser Cube groß genug ist, dass ich diesen aufheben kann. Ja, das sollte passen. Ich hole mir diesen Cube hier. So, jetzt werfe ich den Cube einmal nach vorne und wie du siehst, der fällt direkt nach unten. Warum ist das so? Naja, wir haben jetzt eben die Erdanziehung. Eine Sache möchte ich dir bei so einem Wurf noch zeigen. Dieses Objekt, dieser Cube, der fliegt aktuell eigentlich so durch die Gegend. Also, wenn wir den nach rechts werfen würden, würde das Objekt so fliegen, nach links so, nach vorne so, nach hinten so. An sich ist es aber mit solchen Objekten so, wenn wir so einen Cube nach vorne werfen, dann haben wir auch einen gewissen Winkel. Das heißt, eigentlich müsste sich dieses Objekt dann ja auch irgendwie drehen. Und auch hier kannst du die Werte deines Controllers verwenden. Das heißt, also hier schreibst du myRB.angularVelocity ist gleich device.angularVelocity. Und wenn wir jetzt den Würfel werfen, dann sollte der sich letztendlich auch irgendwie so drehen. Okay, testen wir das einmal. Ich mache hier Vollbild, damit du das auch sehen kannst. So, hier mein Controller. Ich nehme diesen Cube und dann werfe ich ihn durch die Gegend und entsprechend meines Wurfwinkels hier sollte sich das Objekt dann auch drehen. Ja, und wie du siehst, das Objekt hat sich gedreht. Dieser Würfel hat sich hier gedreht. Und somit sieht das Ganze auch etwas realistischer aus. Okay, soviel also zur Möglichkeit, wie du hier in Unity auch diesen Wurf festlegen kannst. Wie du gesehen hast, wir haben hier den Rigid Body verwendet. Den Rigid Body des Objekts, also des Cubes in unserem Fall. Und dann diese Werte hier festgelegt. Mit Velocity und Angular Velocity. Zusätzlich hast du hier noch die Wurfkraft. Die kannst du ja mit dem Unity Editor, dadurch, dass das hier eine Public-Variable ist, selbst festlegen. Im Hinterkopf solltest du immer behalten, ob das Objekt, das du hier wirfst, das der Spieler werfen soll mit seinem Controller, ob das auch von der Erde angezogen werden soll. Würdest du beispielsweise ein Weltraumspiel hier erstellen, dann macht das natürlich Sinn, dass du die Gravity hier deaktivierst. Dann würde das Ganze nämlich so aussehen. Und das Objekt fliegt hier quasi durch die Gegend und kommt hier eigentlich nicht mehr auf den Boden auf. Denn wir haben hier keine Erdanziehung. Okay, soviel also zur Möglichkeit, wie du mithilfe des Controllers hier der HTC Vive virtuelle Objekte durch die Gegend feuern kannst. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!